Hallo zu unserem zweiten Training, im zweiten Online-Training für die U15 und Älteren. Was ihr heute braucht, ihr braucht heute euer Gummi. Egal was für eins, Teraband, Deuzelband, sonst irgendwas. Und natürlich eure Wurfpuppe. Und bei einem Fall auch eine Decke oder eure Matratze. Besorgt euch das schnell. Ich hoffe, ihr habt eure Wurfpuppe ein bisschen modifiziert. Einige haben ja geschrieben, sie haben es zerstört. Ich hoffe, ihr habt es jetzt ein bisschen besser und ein bisschen fester gemacht. Unsere halten eigentlich ganz gut. Also unsere gingen nicht kaputt, gingen auch nicht auseinander. Haben jetzt schon einige Trainings hinter sich, mit der U15, mit der U12 oder beim Rangeln-Raufen. Die halten es ganz gut durch, was wir da im Plan haben oder was wir euch da präsentiert haben. Macht ihr richtig fest, dann halten die auf. So, wir starten heute dann mit einem Warmacht-Programm mit, ähm, mit den Älteren und Bändern. Und zweimal ist immer ganz durch. Machen wir die Matte hier weg. Das ging ein Problem an. Wir starten mit einem ganz normalen Anreisen. Immer her zu euch und wieder lang machen. Ja? So schnell wie möglich. Danach dann zeige ich euch dann, wie es da weiter geht. So, fertig. Und los geht's. Und wir ziehen weiter. Immer weiter. Und jetzt starten wir mit einem Hammelmann nebenher mit dem Zug. Und immer ranziehen. Bleibt beim Hammelmann. Macht die Augen jetzt auch breit. Noch mal ranziehen und stehen bleiben. Okay, stopp mal. Manche haben mir geschrieben, sie haben ein Problem, das Ding einzuhängen. Ich zeige euch mal, wie ihr das macht, bevor wir gleich weitermachen. Wenn ihr eine Tür habt, dann macht das außen an den Griffen und dann macht ihr die Türe zu. So könnt ihr es am besten machen. So bezieht es nicht die Türe, so bezieht es nicht locker. Oder auch das Fenster fällt nicht rein, wenn ihr es am Fenster macht. Okay? Also bis zu einer Türe gehen. Einhängen. Und dann starten wir mit 10. Achtung und los geht's. Immer vor, zurück, ja. Hier vor, zurück. Nicht hoch, runter. Vor, zurück. Arme schön lang machen. Und dann. Und dann haben wir mal. Und vor, zurück, die Augen. Beide vor, zurück. Jetzt wird's koordinativ schwierig erst mal. Das tut man ein bisschen schneller zu ziehen, als die Beine sind. Und wieder anderen Mann. Und ranziehen. Arme breit. Sehr gut. Dann drehen wir uns. Nehmen den Gummi so. Ellbogen unter dem Gummi. Und wie ein Boxer stoßen wir das nach vorne. Wer vor schon bei der um 10 und 12 mitgemacht hat, der kennt das schon. Und los geht's. Ich will nach vorne damit. Arme ganz strecken. Ja, von innen fassen. Das ist gerade Kokoa Gerd. So fassen. Überm Ellbogen. Und jetzt Zug. Und Druck lieber als Zug. Gut. So machen wir den Hammelmann und Kälte sich nach vorne. Und jetzt kommen wir mit der Umstellung. Und die Beine sind. Und jetzt kommen wir mit der Umstellung. Und die Beine strecken. Und die Beine sind. Und die Beine sind weiter. Und die Beine sind weiter. Arme nach vorne immer, Beine vor, zurück, Ellbogen nach hinten und nach vorne strecken. Gut, ich stelle die Seite hin, wieder eine Auslage, ich habe jetzt hier eine Linksauslage, Gummis immer gestreckt, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ihr den Arme, ihr habt das dann eher, jetzt zieh ihr den Partner immer an, ihr mit dem Kopf der Hand nach, guckt an, das waren wir 30 Sekunden, so schnell wie möglich, ich würde mal die Uhr einstellen, Achtung, fertig, jetzt geht's, los, und schnell wie möglich. Halt, Halt, durchhalten, und stopp, seitdem wechseln, andere Seite, fertig, und los geht's. Halt, durchhalten, immer sehr gespannt haben, heftig am Arm ziehen, hoch, immer auf Augenhöhe, und nach unten, gut. Jetzt kläre ich jetzt wieder eine andere Bewegung, nur zur einen Seite, ja genau, einen um, einen hier unten, hier ist der Wehr, hier die Arme, jetzt eins, zwei, durchziehen, eins, zwei, durchziehen, eins, zwei, durchziehen, eins, zwei, durchziehen, 30 Sekunden in eine Richtung, 30 Sekunden in eine andere Richtung, und los geht's. eins, zwei, durchziehen, grob weiter weg, achten drauf, dass das Gummi eben gespannt ist, ganz ziehen, und mit dem Arm nach oben, Augenhöhe, hochziehen, 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 hier. und stopp, andere Seite, fertig, und los geht's. 五. Zug hüllen, Hochziehen, 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 Entschuldigung, Und stopp. Dann stellt ihr euch schon eingepritten rein. Hier zu kann ich. Hier ist Rev. Dreht ein. So, hängt euch nach vorne. So, als wenn ihr jetzt loslasst, würdet ihr nach vorne fallen. Zieht ihr jetzt ganz runter und wieder zurück. Die Kraft kommt hier aus dem Bauch, aus dem Rücken. Und am Ende ziehen die Arme noch mal nach. Wie beim Rotiserenagel. Dreht ihr nach vorne hängen. Und dann nachziehen. Fertig. Und los geht's. Dreht ihr nach vorne hängen. Ohne Schritte. Immer stehen bleiben. Nur aus der Bauch raus. Genau. So ist gut. Hör. Hör. Jetzt immer auf die Uhr gucken. Als wenn du auf die Uhr guckst. Hebe hoch gern. Tut mir heran. Nach vorne hängen. Und andere Seite. Fertig. Einbrennen schon. Und ab geht's. Und jetzt sind die Prozent. Gab' jemand. Und wieder rein. So. Und wieder rein. So. Und wieder rein. AbsCast. So. Nächste Übung, wir reichen immer hoch und fegen unten Coach Garia, hoch Coach Garia, hoch Coach Garia, hoch Coach Garia, hoch Coach Garia. Aber immer hoch, mindestens auf Augenhöhe. Wärmlich und los geht's. Gut, Seine gleich wechseln, fertig und los geht's. Schön hochziehen. Gut. So, die Kumpels können wir wegtun. Wir sind halbwegs warm. Ich glaube, es läuft Temperatur. Wir gehen in eine Liegestützposition. So, wir machen jetzt 31 Sekunden verschiedene Übungen in der Liegestützposition. Wir halten uns so. Das erste, was wir machen, ist hier vor- und zurückspringen. Ganz kurze Sprünge nur. Ja, fertig und los. Und jetzt springen wir ganz vor mit dem Knie. Bis hier zwischen den Armen ist. Ja, ganz vor. Große Sprünge. Und wieder kurz. Haben wir meine Beine? Oder? Wo immer halbwegs gerade halten. Beine zusammen und wir springen beide Beine nach vorne, nach hinten weit weg. Beide Beine nicht vor, hinten weit weg. Beide Beine nicht vor, hinten weit weg. Und los geht's. Schön vor und nach hinten weit weg. Noch 30 Sekunden. Und jetzt springen wir rechts-links weit weg. Noch 20. Huh, jetzt ist es anstrengend. Kurze Sprünge. Und noch 10. Und noch mal vor und weit weg. Vor, weit weg. Vor, weit weg. Vor, weit weg. Und stopp. Gehen auf den Rücken. Gehen in eine Shift-In-Position. Und wir passen hier erst mal. Auch mal, siehst du ein Schulkreuz gehen. Kopf ganz hoch nehmen. Und dann hier, passen. Fertig. Und wieder 1,30. Los geht's. Schön, Arme hin und Kopf. Nicht, Arme hin und Kopf. Arme hin und Kopf. Und wieder 1,30. Und wieder 1,30. Und Klappmesser. Du musst es schnell machen. Du musst es langsam machen. 30 Sekunden sind schon oben. Und jetzt flippen wir. Und jetzt flippen wir. Beine hoch. Und eben mit den Felden an die Zehen kommen. Beine Füße. Noch 40. Durchhalten. Und noch ein Schiffchen. Durchhalten. Noch 30. Und ganz kurz die Klappmesser. 5,10. Oh. Halt ihn noch. Wenn ich los. Halt ihn noch. 10 Sekunden. Halt ihn. Halt ihn. Woo. 5. Ah. 4. 7. Und stopp. Woo. Woo. So. So. Nächste Übung. Wir gehen auf den Bauch. Mein Schiffchen auf den Rücken. Wer nicht? Und. Arme lang nach vorne. Und los geht's. Können Sie mal wippen? Arme lang. Arme lang nach vorne. Und paddeln. Bein. 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 Und ab. Durchhalten. Jetzt haben wir Zeit. Und wir paddeln. Beide Arten gleichzeitig und beide Banden gleichzeitig. Mit beiden noch 30. 30. Schiffchen, Lippen noch mal. Noch 20. Außer. Und halten, ich kann nicht mehr. Noch 15. Keine Hand in meinen Manten. Noch 5. 4. 3. 3. Und stopp. Gut. Sehr gut. Gut. Das ist das Ding. So, dann holt ihr eure Decke. Oder eure Makratze. Jetzt kommt ihr bei uns im Training immer zu kurz. Muss ich zugeben. Leider. Fallen wir zu wenigen und und wenigstens. Jetzt holen wir jetzt ein bisschen nach. Ich will nicht sagen, das mache ich nicht. Ich mache keine Pause. Ich mache jetzt Pause. Denkt dran, ihr fallt gerade gar nicht. Wenn, dann werft ihr eure Wurfpuppe. Deshalb fallen wir jetzt noch mal. Rückwärts. Einmal ganz normal. Ein zweites Mal. Rückwärts mit Rolle. Rückwärts. Und dann erst hochgehen. Rolle machen. Erst kurz Spannung. Dann eine Rolle machen. Okay. 30 Sekunden in diese Übung. Fertig. Und los geht's. Rückwärts kurz halten. Aus der Ruhe raus. Rolle rückwärts. Übe die Schulter. Kopf nicht auf den Boden. Und dann. 10 Sekunden noch. Gut. Jetzt gleich rückwärts fallen. Rolle rückwärts. Rückwärts fallen. Gleich Rolle rückwärts. Ohne Spannung. 15 Sekunden nochmal. Das heißt, ihr sollt ungefähr zu 5 hinbekommen. Fertig. Los geht's. Wechselt die Schulter ab. Geiz links fallen. Und Stopp. Gut. Nächste Aufgabe. Seitwärts fallen. Hier nochmal. Bein vorne rum. Zack. Seitwärts fallen. Okay. Jetzt halten. Jetzt mal so. Rechts, links. Abwechseln. 30 Sekunden. Fertig. Und los. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Bitte das Fallen. Wirklich mitmachen. Ja. Immer dran denken. Gibt das, wenn wir dann anfangen dürfen, wenn wir nicht mehr fallen können, können wir euch gleich verletzt. Deshalb das Fallen bitte mitmachen. Und Mathe. Und Juno-Rolle vorwärts. Rechts hin, links zurück. Einmal mit aufstehen. Eine Runde mit liegen bleiben. Dann wieder mit aufstehen. Eine Runde mit liegen bleiben. Also rechts mit aufstehen. Links mit aufstehen. Rechts mit liegen bleiben. Links mit liegen bleiben. Und los geht's. 30 Sekunden. 10 Deine Kopfschmerzen wegdrehen. Und stopp. Gut. Können wir die Matte wegmachen? Wollen wir euch noch eine Rufpuppe holen? Wir drehen erst noch mal kurz ein mit der Rufpuppe. Reißen an, drehen ein, nerven dann. Und dann legen wir heute ein bisschen unser Hauptaugenmark auf die Füße. Machen ein paar Fußwürfe dann mit der Rufpuppe. Als allererstes starten wir mit O-Goschi eindrehen. Warten, O-Goschi nehmen. Dann Rufpuppe O-Goschi nehmen. Na. Ein kleines Ding hier hinten. Ein, zwei anreißen. Und immer auf die Uhr gucken. Arm hoch. Immer auf die Uhr gucken. Fertig. Wir machen drei Stufen wieder. Das meine ich vier. So, nehmen wir anreißen. Dann hebt ihr ihn raus. Ja. Jetzt erst so. Und damit ausheben, eindrehen. So, dass er ganz drin steht. Und die dritte Stufe ist dann werfen. Jeweils immer 30 Sekunden. Fertig. Und los geht's. Drei Sekunden nur eindrehen. Mit anderes. Noch zehn. Und komm raus, Eltern. Ganz auf den Rücken drauf. Ganz drauf. Anreißen. Denkt immer dran. Wir müssen jetzt ein bisschen hochrollen. Die beiden sind wahrscheinlich kleiner als hier. Hochrollen. Macht eure Schritte. Das erste Schritt hinter dem zweiten ist. Zweiter muss ein bisschen vorne sein. Von rechts von einem drin. Muss das rechte Bein vor dem linken stehen. Und den Ruf. Ganz aufziehen. Ein. Also, was ist dabei? Müsst du noch hochreißen? Gut. Ein Stopp. Ganz lang zur anderen Seite. Wir halten das Bewerb fest. Und stand erst mal Ogoshi zur anderen Seite. Also Bewerb festhalten. So greifen die gerade. Bewerb festhalten. Anderen auf dem Rücken. Dann drehen wir zuerst ein. Heben aus. Und dann werfen wir. Fertig. Und los. Jetzt eindrehen. Bewerb festhalten. Jetzt werden wir zu der hochziehen. Dann auf die Uhr gucken. Ich muss da auf die Uhr gucken. Ich sage, ich muss nicht drehen. Und aushebeln. Das ist mein Gerüstelang. Zett drauf. Schön aufladen auf den Rücken. Das ist mein Gerüstelang. Jetzt kann ich nicht runterrutschen. fest aufbleiben und auf wir ziehen immer festhalten, Beine festhalten könnt ihr die mal wieder hochziehen auch den Rücken dann auf fängt an die Schritte wie bei unserer Schnelligkeitsübung die Schritte machen immer eins, zwei, drei und stopp und Puppe dicht in und wir kommen heute zu den Fußwürfen die werden die Puppe machen ja wir starten zuerst mit dem Wurf mit dem wir unser reguläres Training aufgehört haben oder oben drüber wie ihr wollt, könnt ihr auch gern machen so wie es euch am besten gefällt wenn ihr den Arm gefasst habt Schritt nach vorne Oberkörper nach vorne lehnen zweites Bein nachholen und schön nach vorne hoch strecken ohne zu werfen schönes Bein hoch merken sie wieder nach macht eure Arme mit hochziehen ab nach hinten hoch zu euch ran ziehen ab nach hinten nehmt das Bein hoch dann meistens machen wir sie ein bisschen seitig dann steigt man ein bisschen oben ein sagt schwingt euer Bein schön vorne hoch ok fertig und los geht's 45 Sekunden lang wie gesagt werfen ziehen wir durch schön zurück rüber holen die Puppe Sprung rüber holen und dann musst du schon weg mit den Beinen vom Boden sein hochziehen mit den Armen letztes Mal ganz schön Spannung in der Schulter nicht gar nicht mehr gewöhnt eins hochziehen und Wurf und nicht loslassen gleich mit Beinen hochziehen und wieder bam und nicht loslassen und los weiter 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 Noch sieben Sekunden. Komm, noch mal zwei Laufel. Und dann stoppen. Sehr gut. Nächste Aufgabe. Wir machen einen Okuryashi-Bara. Laufen in die Richtung, wo wir ein Revert gefasst haben. Macht mal zwei Sprüge. Ich weiß nicht, ob ihr so viel Platz habt. Ich schätze mal, zwei Meter, drei Meter, wollt ihr davon nicht haben. Eins, zwei, hochziehen, drehen. Eins, zwei, hochziehen, drehen. Eins, zwei, hochziehen. Okay, mit langen Beinen. Zeitlupe. Eins, zwei. Jetzt zieht ihr sein Bein ran. Und das verstärkt ihr. So, noch mal. Eins, zwei. Okay. Und los geht's. 25 Sekunden lang. Hopp. Ja, gut. Hier mit der selben Seite. Und los geht's. Okay. 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 Jetzt werfen wir einen Kurs um Gacke, und zwar auf die Seite, und unser Partner oben fest. Wir haben jetzt einen gleichen Auslag kämpfenden Partner, das heißt, der kämpft da, wo ich den Arm fasse, kämpft der oben, so, den Arm ein bisschen hochlegen, und wir gehen dann da, wo ich den Revell gefasst habe, nach vorne, zack, zack, ja, ich zeige es mal von der Seite, zack, zack, von hinten, zack, zack, okay, fertig. Und los. Ich mache einen Schritt nach vorne, wenn man den Revell gefasst hat, einen Schritt nach vorne springen, zwei beiden, einen Haken. Gut, und stopp. Als nächstes machen wir einen Sasai Tsuri Komi Ashi. Arme, und diesmal ohne Griff. So. Dann stehen wir auf die Seite, ich zeige es mal von hinten, so drin, zehn Zeichen zu euren Puppeln. Eins, zwei. Und festhalten. Ja. Ja. Nochmal. Eins, zwei. Und nicht fehlen, diesen Fuß stoppen. Ja. Einfach nur Beine vorne hinsetzen. Ja. Einfach nur Beine vorne hinsetzen. Sasai Tsuri Komi Ashi. Fertig. Und los. Und los. Und los. Und los. Und los. Die Position springen, da können wir schon so einen Halbball springen hier. So, zum Schluss noch, Ko, Uchigari, zwei Würfe noch, Ko und Uchigari, zum Ko Uchigari mache ich meinem Partner Platz und fege dann mit dem anderen Bein, das zeige ich mal, der zweiten Puppe, der zweithaltigen Puppe. Das ist jetzt ein bisschen einfacher, hier Platz machen, da wo ihr den Arm gefasst habt, dritte weg und dann hier unten von innen wechseln. Die Tür aufmachen, der läuft hier vorbei und zack, wechseln. Okay, zack, zack, wer eine einbeinige Puppe hat, der macht so ein bisschen einen Geashibarai von hinten. Okay, auch hier dasselbe, ich mache hier Platz, Platz, der läuft vorbei, zack, okay, Platz machen, fahre. Das war nicht richtig, da wo ich mit dem Arm gefasst habe, muss ich Platz machen, mit dem zweiten Bein nachfegen. Das ist schwierig mit dem Einbeinigen, aber geht. Okay, Ko, Uchigari, los geht's. Zeit nehmen, ein bisschen Zeitlupe, da wo ich den Arm gefasst habe, Platz machen, der läuft hier rein, zack, weg damit. Und, wenn ich den Arm gefasst habe, Platz machen, zack, weg damit. Hey, ich stehe, guck auf. Ich wechsle ihn, je nachdem. Zack, genau. Genau. Flügel ist langer. Gut, ein Stopp. Und, Uchigari. Zeige ich auch nochmal. Wieder zwei Beine. Der ist wieder ein bisschen einfacher. Jetzt deine Hand. So, die Puppe zurechtrücken, wenn es muss. So. Und, Uchigari. Wir reißen den Partner an. Aktion, Reaktion, wir stehen schon zeitlich da. Ja, und ihr könnt auch nach hinten gehen beim Anrissen. Jawohl, zack, der will nach hinten weg. Und jetzt hier mit dem Bein wechseln. Wenn ich so auf den Boden gehen kann, der bleibt entweder stehen oder macht es mit der Matte. Legt seine Matte drunter. Ich fahre immer gern mit. Stehen ist schwierig. So, anderes. Hat man ihn weg. Und den, wenn er weg will, zack. Die Siedel machen. So, einbeinigen. Anderes. Jetzt muss ich so einen halben Uchigari. Dann hier so die Siedel machen. Okay. Und los geht's. Okay. Vielen Dank. Einmal. Und dann dürft ihr ihn auch liegen lassen. Und wir kommen zum Boden. So, letzte Woche haben wir den Chuchika-Tame Handlungskomplex durchgemacht. Den machen wir nochmal durch. Ich probiere mal ein bisschen richten hier. Ich zeige nochmal langsam vor. Macht ein bisschen eine Banklage, das ist am besten. Ihr macht eine kleine Rolle nach vorne. Landet im Chuchika-Tame. So, Chuchika-Tame kurz anhebeln. Jetzt drückt ihr euer Bein weg, der verteidigt. Kommt hoch. Landet zwischen euren Beinen. Ihr haltet beide Arme fest. Macht eine halbe Drehung. Macht den Chuchika-Tame zur anderen Seite. Hebeln. Dann hat er seine Arme zusammen. Und dann wechselt ihr nochmal die Seite. Hebeln. Jetzt kommt er hoch, weil ich jetzt so locker bin. Und dreht sich auf den Bauch. Auf den Bauch dann weiterdrehen. Hebeln. Und jetzt kann ich das Bein packen. Weiterdrehen. Und nochmal hebeln. Dann verteidigt er. Seine Arme. Ich gehe über mein Bein drüber. Pack mein Gürtel, wenn ich reinkomme. Beine rüber. Verteidigt er. Dann wird er sich befreien. Lässt die Hände los. Gehe ich nach hinten. Dann nochmal Arm hin. Und fertig ist der Chuchika-Tame-Komplex. Die, die wir uns trainieren, die kennen das schon ziemlich gut. Bei den anderen spreche ich es immer nochmal vor. Ansonsten so lange durchmachen, bis ich Stopp sage. Okay. Also wer es nicht kann. Wer neu ist oder als Gast dabei ist. Noch ein bisschen aufpassen. Puppe auf den Bauch legen. Ihr steigt drüber. Ihr rollt. Ich roll immer da zu den Beinen hin. Gehe nach vorne. Hebel. Nummer eins. Er schiebt mein Bein weg. Und kommt hoch. Legt sich zwischen meinen Beinen. So, ich nehme beide Arme. Mach einen kleinen Hubschrauber zur Seite. Bein vor dem Kopf. Bein vor dem Kopf. Drücke ihn um. Hebel. Er verteidigt jetzt die beiden Arme. Hält seine Arme fest. Ich wechsle die Seite. Hebel. Er kommt hoch. Weil ich zu schlaffig bin am Kopf. Ich drehe mich mit dem auf den Bauch. Drehe ein Stück weiter. Und hebe auf den Bauch. Dann packe ich seine Beine. Rücke ihn weiter. Hebe ihn jetzt nochmal auf den Rücken. Jetzt verteidigt er seine Arme so. Ich mache den Haltegriff. Unter den Armen durch. In den Gürtel fassen. Der ist jetzt ein bisschen zu hoch. Ich kann noch ein Kittel nehmen. So. Beine rüber. Festhalten. Jetzt befreit er sich. Seine Hände sind offen. Er geht nach hinten. Hebel ihn dann zum Ende nochmal. Tschutschigatame. Handlungskomplex. Noch einmal. Jeder durchmachen. Es geht mit dem Puppe überraschend gut, finde ich. Ich lege schon, wenn ich so etwas für das Training verwende. Okay. Die Gruppe macht den Ausschnittsraten hier. Super. Super. Okay. Jetzt müssen wir langsam durch haben. So, dann starten wir heute mit verschiedenen Zankakus. Auflage. Zankaku Nummer 1. Der ganz normale, popelige Zankaku. So, anziehen. Dahin kippen, wo das Bein aufgestellt ist. Ups, Arm gebrochen. So, einhaken. Hier rum. Können wir hier reduzieren. Zack, ups. Nicht so ganz. Vielleicht. Ah, der will nicht, der wird sich. Ah, jetzt habe ich ihn. So, Arm festmachen. Bauch festhalten. Ja, noch einmal rein. Zack ran. Arm packen. Den anderen Arm werden ein bisschen wegschieben. Dann hält er ein bisschen länger. Er kippt zur Seite, da wo das Bein aufgestellt ist. Ihr hängt eure Beine ein. Diesen Arm hier zieht ihr nach vorne. Einhaken. Das habe ich vorher vergessen. Einhaken. Hier. Die Schlinge machen. Könnt ihr jetzt auch gut? Ja, bei dem geht es auch immer ganz gut. Drauf und festhalten. Jeder, ganz normal, den St. Kaku, dreimal machen. Los geht's. Der ganz popelige, einfache St. Kaku. Den Arm holen nicht vergessen. Willst ihr euch platzieren. Ihr habt seinen Kopf auf eurem Oberschenkel legt. Schlinge machen, wer will. Dann drauf und fest. Letztes Mal. Jetzt kommt Aktion, Reaktion. St. Kaku Nummer zwei. Ich setze sie genauso an wie vorher. Wird der verteidigt. Indem ihr zu euch sein Arm wegtut. Und indem er hier so ein bisschen sich wegdreht. Ja, dass sie nicht so richtig reinkommen. Jetzt falle ich auf die andere Seite. Ich fasse sie nicht an. Ich halte ihn nur so auf dem Bauch. Und schiebe mein Bein unter seinen Kopf. Gleichzeitig schieße ich den Arme nach hinten. Abhaken. Jetzt müsst ihr euren Fuß anfassen. Hochziehen, dicht machen. Jetzt ist schon die Würgetechnik. Wird schon ganz eng. Und jetzt auf die andere Seite rüber. Also wenn wir von vorne kommen. Gleiche anfangen. Dann liest man da verteidigt. Bewegt sich ein bisschen komisch, strafflich. Dann geht den Bein unter den Kopf runter. Nicht anfassen. Zeig. Hier nach hinten schiebe den Arm. Haken machen, dass der Arm nicht immer nach vorne kommt. Hinfassen. Zumachen. Richtig hinfassen. In die Knie, Kille hochziehen. So bringt es nichts. So, jetzt kriegst du ja geschwägt nicht mehr hin. Ihr habt schon Probleme, die Beine zusammen zu machen. Aber wenn die Knie jetzt ein bisschen dünner ist, klappt das vielleicht dann auch. Und jetzt rüber auf die andere Seite. Und festhalten. Dreimal jeder. Los geht's. Ich glaube vielleicht bei manchen mit der Puppe ist es besser. Weil die Puppe noch nicht so reagiert, wie bei ziel. Ich glaube vielleicht. Genau die Beine haben, unteres Bein abhaken, sodass der Arm nicht mehr zurückkommt, hinfassen, jetzt ganz hoch ziehen. Und jetzt wird es schon wieder zu einer Lur gezeichnet, wenn ich hier zudrücke, wird es von denen ganz eng, wobei der hier sagt ja nichts, der ist so ein harter Mann oder harte Frau, je nachdem, mit wem er gerade trainiert, und dann geht's rum. Einmal noch. Da könnt ihr daheim noch mal angucken, das ist ein Vorteil, jetzt von diesem Online, wenn ihr das nicht ganz gecheckt habt, wie es geht, schaut's daheim einfach noch mal an, dann übt das noch mal. Das ist ein sehr wichtiger Zankaku, der klappt ganz, ganz, ganz schön gut bei mir. So, jetzt mal rück den Zankaku, noch ein Armhebel, können wahrscheinlich auch die meisten, ihr kommt von hinten, so, hier, zack, anreißen, ja, jetzt kippt ihr den an, ein bisschen Arm wegmachen hier, kippt den an, hier einhalten, könnt ihr da hinfassen, da hochziehen, jetzt müsst ihr euch ein bisschen besser platzieren, denn ihr müsst euren großen Zeh hier in seinen Popo schieben. So, da nach hinten, das sieht dann so aus. So, und jetzt habt ihr hier Chuchika Tami als Armhebel, ja. Noch einmal, ihr greift von hinten an, schiebt sofort die Ferse hier vorne rein, bam, macht er ganz eng, Fels und Knie sollten schließen, ja, fast so eng zusammen sein. So, jetzt kippt ihr auf die Seite, einhaken hier, können wir hinfassen, ganz in die Knie, sonst geht's nicht. Und jetzt große Zeh, ab nach hinten Richtung Popo und dann hier abhebeln. Okay? Einmal! Ganz in die Kniekehle immer, denk dran, nicht nur halblewig. Und ganz in die Kniekehle rein, mit eurem Fuß. Ganz in die Kniekehle rein, mit eurem Fuß. Zum Schluss, machen wir noch ein bisschen einen Bodenrandori mal. Mit unseren Puppets funktioniert es, ja. Das ist so, das ist halt eine andere Art von Randori, wo es um Technik geht, ja. Ich gebe ein Beispiel. Wir probieren das mal eine Minute lang, und dann könnt ihr das daheim dann selber ein bisschen forcieren, ja. Also, wir starten zum Beispiel in einem Käsegatame. So geht's los. Mist, der befreit sich. Oh, der geht rum. Okay, ich mache eine andere Befreie. Übrig, drüber. Wir machen einen anderen Haltegriff. So, Käsegatame. Jetzt kann ich hebeln. Ja, ich hoffe, ihr erinnert euch dran hier. Zack. Funktioniert nicht. Oh, der verteidigt. Also gehe ich weiter in den nächsten Haltegriff. Oh, Mist, der befreit sich. Oh, ich will jetzt befragen. Der wechselt hier, zack, zwischen meine Beine. Angriff zwischen Beinen. Hupf. Abhilfe. Oh, der verteidigt. Ja, hier. Halt die Kräfte. Oh, der kommt hoch. Bin da zwischen meinen Beinen. Hier, zack, weg hier mit der Stütze. Ruf mit den Beinen fest. Okay. Eine Minute. Ein Bodenrennungen machen mit eurer Puppe. Mit verschiedenen Techniken, verschiedenen Situationen, wo ihr ihn auch hinbewegen könnt. Okay. Werdet ihr bereit? Fertig? Und. Kajime. Kajime. Oh, können wir eine Bein-Klammer machen bei ihm? Dann lass ihn raus. verschiedene hebel machen was euch noch alles einfällt 30 sekunden durchhalten immer drauf bleiben Egal, geht das. Oh, Mathe. Gut. So, unsere Abschlussübung wieder. Eben dieselbe. Der steht auf mit der Armpack, mit der Rufpuppe. Und wir werfen. 30 Sekunden lang aus dem Stehen raus, ohne Füße zu bewegen, nur mit den Armen. Und dann den Partner Morotte Serenage. Okay. Sind wir bereit? Fertig? Und los geht's. Eine Minute. Und ich gebe mir das Schwermis dazu. Wenn ich geworfen habe, müsst ihr eine Kniebeuge unten machen. Und dann aus dem Knie hochziehen. Nochmal werfen, Kniebeuge hoch. Das ist ja. Mit den Nasen runter. Ganz runter. Und hoch. Und runter. Und hoch. Und runter. Oh Mann, wir haben Zeit. Weiter. Und nochmal. Und nochmal. Und noch 15 Sekunden. Durch einen Grund schon. Noch 10. Und machte. Sehr gut. Abschlussübung noch. Wir gehen uns noch. Wir gehen uns hin. Nimm die Hände nach hinten. Und schieben den Popo nach oben. Spannung von den Oberschenkeln. Schön hoch. Und wo war ich mal besser? So. Fuck. Echt mal besser. Okay. Wir gehen wieder in den Vierfüßen-Bestand hier. Und wir machen Hängebauchschwein. Lassen den Bauch nach unten hängen. Dann machen wir einen Katzenbuckel. Dann so hoch mit dem Rücken. Hähbauchschwein. Das ist mir echt entspannt. Katzenbuckel. Und nochmal. Weil es so schön war. Nochmal hoch zum Katzenbuckel. Gut. Wir gehen uns hin. Die Beine lang. Zehen anziehen. Jetzt die Fersen weg sind. Und wir gehen nach vorne. Das schafft, kann ich es in seinem Bauch. Auf den Oberschenkel ablegen. Und die Kugel es hinbekommt. Gut. Sehr sehr entfassend. Bein lang machen. Und jetzt durchdrücken das Bein. Wir legen das Bein so rein. Gehen nach hinten. Dann hängt es auf das Bein vorne drauf. Das ist von hinteren Oberschenkel diese Übung. Für die Po-Muskulatur. Da noch ein bisschen drücken. ob es mehr Spannung ist, wenn du nichts spürst hier. Beine rein, nach hinten, Bein von der Frau fliegen. Gut, eine wichtige Übung für uns Ältere, ab nach hinten rollen und mit den Zehnen den Boden im Kopf berühren. Wichtige Übung für die Bandscheiben, ja, schon hinten bleiben, die Wanden haben ein bisschen zusammengepresst, jetzt so ein Schwamm, wenn die da aufgehen, dann sagen wir sie von Flüssigkeit, weil diese Übung sehr wichtig. Und letzte Übung, keine zusammen, Hinternkopf, Kinn auf die Brust. Und zum Spaß noch am Schluss, wenn wir das schon lange gemacht haben, beim Wachsenbereich glaubt man nie, machen wir mal unsere Kinderübung, die Gefangenenübung. Legt ihr auf den Bauch, Hände in den Rücken, ja, wir werden ein bisschen gefesselt sozusagen. Ihr müsst ohne Hände aufstehen, über den Po hinten runter, mit den Beinen durch und dann könnt ihr wieder den Zehnen fesseln aufmachen. Eine einfache Beweglichkeitsübung, könnt ihr ein bisschen testen, ob ihr in der Corona-Zelle ein bisschen runter vorne geworden seid oder hinten. Los geht's, letzte Übung. Sehr schön. So, danke, dass ihr alle bei wart. Hat mich gefreut. So, ich hoffe mal, dass wir bald wieder irgendwie uns auch hier treffen können und Judo machen können. Ansonsten, wenn es euch gut gefallen hat, ja, abonniert den, teilt den, teilt unser Programm hier. Könnt ihr euch an andere bekannte Verbande an der Judo-Cast schicken, ähm, like ihn, Daumen hoch und dann sehen wir uns nächste Woche, dasselbe Uhrzeit wieder, ja. Wie gesagt, Vorteil, immer dran denken. Wenn ihr was nicht verstanden habt, könnt ihr uns jetzt nochmal angucken. Könnt ihr das im normalen, das könnt ihr im normalen Training nicht machen, hier könnt ihr es nochmal machen. Ciao, bye, bye. Bis nächste Woche.